Ich liebe Pflanzen sehr und das ist so ein Traum von mir, von Pflanzen umgeben zu sein, aber eben nicht nur Pflanzen, sondern ich möchte auch Wesen haben. Aber das können auch gefährliche Tiere sein. Sie können das gefährliche Potenzial haben, aber sie sind eigentlich freundlich. Und ich habe natürlich darüber nachgedacht, warum ich mir das so ausgedacht habe. Und es ist wie das Theater. Da gibt es auch gefährliche Tiere und die sollen freundlich sein. In all ihrer Gefährlichkeit. Das Potenzial muss natürlich da sein, aber ein Miteinander ist wichtig. Ja, und diese Umgebung, die ist einfach beruhigend für mich. Ich fühle mich wohl in der Natur und das macht mich glücklich. Das Gesetze ist ein Ciao. Und das hat mich glücklich. Ich hoffe, es macht mich glücklich. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!